Hallo, ich bin Jelon, Produktionsmechaniker bei Baumann Fäden AG in Ermindsville. In den ersten zwei Lehrjahren machen wir in der Lernwerkstatt unsere Grundausbildung. Dort bohren, drehen und fräsen. Im dritten Lehrjahr machen wir einen Kurs, wo wir lernen, wie wir Fäden herstellen. Und dann arbeiten wir in einer Abteilung. Bei der Baumann Fäden AG gefällt mir, dass wir die gleiche Grundausbildung wie Polemich haben, dass wir auch CNC-Fräsen und Drehen machen können. Mir gefällt das Zusammenarbeit mit den Lehrlingen und dass wir Ausflüge haben, wie das Lehrlingslager oder generelle Teamausflüge und dass man in der Kantine zusammen essen kann. Beispielsweise beim CNC-Fräsen, wenn ich mal Probleme hatte, hat mir eigentlich immer ein Berufsbildner geholfen. Am Anfang musste man sich die Grundkenntnisse erarbeiten, bis man drin war. Wenn man die Lehre gut abgeschlossen hat, bekommt man bei Baumann Fäden AG eine Chance weiterzumachen und sich gut weiterzuentwickeln. Dank einem Produktionsmechaniker habe ich die gleiche Grundausbildung wie der Polemich. Einfach, dass ich weniger Schulstoff und Schultag habe. Wenn man eine Herausforderung der Hersteller erwähnt, bewerbe doch jetzt! Die Gerichte Die Gerichte Die Gerichte